Reggie, es gibt's hier. Es kommt schon wieder. Nein. Es will mich nicht gehen lassen. Hilfe. His body is ready. Das Nachtara bullitt mich jetzt auch gerade ein bisschen. Es geht so schnell mit dem Leveln. Das gefällt mir so gut. Ja, das ist pretty nice. Oh, mach Schock. Schneid dir das doch nicht raus. Rausschneiden werden wir nicht, ne? Was haben wir gerade gelernt? Giftspitzen. Was macht das? Anbieter legt eine Falle mit Giftdorn aus. Geh in den Kopf, eingreifen, werden vergiftet. Das ist eigentlich ziemlich gut, finde ich. Oh, das. Ja, ich weiß. Ja, er soll es lernen. Ja, ich weiß. Oh, ich sehe mir jetzt die Frage. Was tue ich weg? Sorry, kann ich... Oh mein Gott, was? Ich habe ein Giratina. Are you fucking killing me? Auf einmal diese Musik. Oh Gott. Soll ich gegen Giratina kämpfen? Das ist Level 6. Warte mal, es ist Geist. Es ist Geist und Unlicht, oder? Ja, so ungefähr. Oder ist es nur Geist? Ich weiß es nicht. Ach, ich werde mal schauen, was es macht. Nee, Darkrai ist, glaube ich, Geist. Giratina ist, glaube ich, irgendwas mit Unlicht. Nee, Darkrai ist Unlicht, das weiß ich. Ist Dark... Okay, das sieht aus wie Geist. Oh mein Gott, fucking Feuerodem. Oh. Okay, back to the training, we go. Okay, ich habe Giratina besiegt. Ich hatte gerade richtig Panik wegen Feuerodem, aber dann habe ich gemerkt, ach ja, Feuerodem ist keine Drachenwude. Okay. Oh Mann, Alter. So. So. Okay. Okay, ich gehe nochmal ins Pokémon Center, aber hey, es funktioniert ganz gut mit dem Level. Jo. Nice. Also, ich mache auch noch meinen Gear Rock. Du machst gerade die Arena, oder? Nein, ich mache gerade nicht die Arena. Ich trainiere. Ich habe nur den ersten Kampf gemacht, um mal ein bisschen reinzufüllen, was für ein Level die Boys haben. Ja. Ich trainiere währenddessen meine Pokémon auch. Alles klar, gut. So, ich habe... Dan, 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 dan. Dan, dan, dan. So, Level 13 für Omega ist nicht schlecht. Ich will Omega noch auf Level 14 oder 15 haben. Dann bin ich zufrieden. Fürs Erste. Oh, nicht schon wieder ein Rijigigis. His body is ready. Warum muss ich ausgerechnet hier solchen Pokémon begegnen? Okay, Yanmar. Yanmar ist ein guter Gegner. Den mag ich. Der kann nämlich nicht viel. So, und gibt einfach immer 100... Ja, Erfahrung. Oh, Logok. Oh, she. Logok ist nice. Okay. Damit habe ich verbrannt, der Bowl. Okay, erstmal wieder runter. Loserring. Ist mir egal, dass das alles gerade ein bisschen voll gespeedet ist. Ja, ich finde es auch okay. Okay, einmal vorerst zu haben, was speiern. Ja, gut. Ich mache noch einen Kampf und dann mache ich nochmal einen Speichern. So. Nice, Level 14. Ultraschall. Oh, das ist super. Das macht immer 20 Schaden. Okay, äh... Bist du mich verarscht? Ich habe dich gerade kaputt gemacht, wir Sprit. Geh weg. Gesichter, weg damit. Okay, Omega erreicht Level 14. Das ist nice. Ah, gut. Nice. Toxar hat jetzt Level 16. Klammer Pudi. Okay, warte mal. Ah, kack. Attackenmäßig hast du ja dem jetzt auch nicht wirklich viel aus der Eagles haben. So, Omega ist nice. Schneggon. Äh. Ja, Omega ist Level 14. Ich werde jetzt als nächstes Toxel ein bisschen trainieren. Ja, meine Omega ist auch Level 14. Dann gebe ich mal Ammonite. Ich habe wieder eine Giratina bei mir. Why not? Ich gebe nice Erfahrungspunkte, würde ich sagen. Aber es... Okay, Logo. Die Giratina ist weg. Nice. So. Ein Dummiesel. Oh, ich bin so froh, ich habe keinen Dummiesel bekommen. Ein Dummiesel wäre nervig. Also, was? Oh, Tatütata. Tatütata. Warum macht er einen Igel? Als ob er nichts anderes könnte. God, is me. Eine Lehmschelle. Oh, endlich kann Toxel mal was anderes. Uh. Weg. Ja, fuck. Damit. So. Lehmschelle. Okay. Lehmschelle ist okay. Level 7. Gut. Sag mal, er ist jetzt Level 13. Ja. Okay. Lehmschelle ist okay. Okay. Lehmschelle muss eigentlich lieb sein. Schnell wieder nach unten. Yes. Oh, ein Azuril. Süß. Machen wir Lehmschelle hier. Wir sind wieder topfit. Das passt. Einmal vorst du aber Speihahn. Aber Azuril lohnt sich nicht zu töten. Okay. Nur 23 Erfahrung. Ach Gott. Nee, es ist so. Ich finde Baby-Pokémon nicht so. Oh, schie. Okay. Danke, Janma. Da muss einmal Toxel kurz hierher. Blödes Lattara. Weg. Schon wieder ein Dummiesel. Ja, ich mache dir eine blöde Steinpolitur. Oh, Janma. Gut, der erlernt Windstoß. Nice. Jetzt habe ich mal wenigstens noch eine andere Attacke. Das heißt, ich kann jetzt wenigstens nach Tara mit einer normalen Attacke wehtun. Ja. Das ist ganz gut. Das ist echt gut. Kani Marni. Oh, schie. Was ich alles jetzt auch kriegen kann. Ja, das ist auch nice gewesen. Okay, gehen wir mal. Wir müssen vielleicht auch hier und da mal so Aufnahmen am Abend machen, wenn Nacht ist. Ja. Weil es kommen ja auch immer andere Pokémon. Das stimmt. Aber für uns ist das... Macht es ja eigentlich so... Weiß ich nicht. Also fürs Fangen ja irgendwie wenig Sinn. Weil es ja sowieso random heißt es. Ja. Aber die sind ja trotzdem irgendwie set. Wahrscheinlich. Ja, gut. Aber man kann es ja nie wissen, was es ist. Ja, das ist das Einzige. Aber ich habe schon einige coole Pokémon am Abend hier bekommen auf den Routen. Ja, okay. Wo ich mir denke, ach schade, schade, dass ich die fangen konnte. Verstehe ich. Wir wollen noch kurz mal ein Pokédex gucken. Ne, das sind alles die... Was hatte ich denn? So, ist okay. Konfusion kommt nach oben. Nix, weil ich den Trainerkampf... Ah, das wollte ich. Da hinter du. Na gut. Ich habe einen Grammchef zum Beispiel in der Nacht gefunden. Oh, das ist nice. Das hätte ich auch gern. Oh, schon wieder ein Regigigis. Ja, hallo. Äh, ne. Ne, danke. Du bist cool, aber du bist zu heftig. Natürlich, schon wieder eins. Ne, du bist cool, aber nein, danke. Okay, Janma nehme ich immer gerne. Okay, ist einfach egal. Also, Pulver ist nicht schlimm. Okay, nochmal ein Vespri. So, bald bist du Level 14. Und dann bin ich glücklich. Okay, Level 40. Äh, 40, genau. 14. Kinski ist zurück! Oh, nein. Äh, komm. Er hat sich einen Weg durch den Berg geschrien, um hier auf dieser Route zu erscheinen. Ich werde mal nicht gegen Giratina kämpfen mit Putti. Ich habe irgendwie kein gutes Gefühl dabei. Okay, Amonitas. Okay. Na, mal heilen gehen. Das ist der tolle, lustige Paar, wo wir einfach nur trainieren. Fuck that shit! Du kannst es ja eigentlich auch, äh, vorspulen, wenn du möchtest. Ja, ich mache es ja. Ich mache es ja. Ich spule es dir die ganze Zeit vor. Also, ich meine auch in der Aufnahme, das Vorspulen einfach so. Weil es ist ja hier nicht viel zu kriegen, außer Training. Ja, aber das ist Part of the Pokemon, Nassok Experience, Mann. Oh. Ich weiß auch, wie Sui einfach eigene Parts fürs Trainieren investiert hat. Diese ganzen Zwei-Stunden-Dinge oder so. Ey. Die dann immer separat hochgeladen hat. Okay, ich habe alle auf Level 14. Ich werde mal, also, naja, nicht alle, aber wir werden schon mal was. Weil Schneggon hoch zu... Wobei, ich kann es eigentlich auch machen, ne? Schneggon ein bisschen hoch holen. Jo. Zumindest probieren. So gut wie es geht. Ja. Okay, dann machen wir mal Pokémon Tauschen. Äh, Toxel. Ja, wieder ein Besprit. Okay. Ja, das funktioniert ein bisschen. Okay, Schneggon. Ist okay. Ich möchte mehr Geowatts. Von denen kriegt man eben schöne Erfahrungspunkte. Oh. Raserei, okay. Okay, Schneggon hat ein weiteres Level. Ich hoffe, er lernt Glut bald, weil dann ist er nicht ganz so nutzlos. Oh, Mann-Tirps gibt es hier. Das ist süß. Ich hoffe, wenn wir nicht Opfer eines Volltreffers zu werden. Hier. Nee. Okay. Okay. Okay, erstmal wieder runter trainieren. Dieser Kinski hat schon ein bisschen Schaden gemacht. Äh. Na gut. That is that. Okay, Schneggon hat wieder Level 7. Nice. Noch ein Yanmar. Das ist okay. Ja. Toxel. Jawoll. Nice. Immer, immer am besten die Geowatze. Okay. Ich bin mir sicher, dass Schneggon das Azuril selbst besiegen kann. Wobei, das wird ewig dauern. Nee, okay, nee. Flucht. Das Azuril lohnt sich nicht. Ach, noch ein Azuril. Warum? Warum Flucht gescheitert? Okay, ein Ammonitas. Das ist in Ordnung. Weg mit dir. Nice. Okay, ein Kaifel. Oh, ein Kaifel ist cool. Ich habe auch bald eins. Hoffentlich. Dann noch ein Mammutel. Das wäre... Ja. Oh, Trascha. Oh, yeah. Ultraschall ist nice. Gefällt mir. Ultraschall ist eigentlich super. Ja. Bin so dankbar. Ich glaube, Omega ist mein... Trotz des Namens, mein bestes Pokémon. Endlich Schneggon kann Glut. Oh, danke. Das ist ja ein Omega. Ja, Omega ist ja eigentlich eher das Glied der Kette. Also nicht das Glied. Ich meine... Das Ende sozusagen. Also der Schwächste von allen, der immer gemobbt wird. Okay, nice. Okay. Gleiches Booty Level ist... Okay. Du kannst mal Glut gegen es einsetzen. Oh, Schneggon kann ein Yanma allein umbringen. Geil. Und kann es einen Giratina allein umbringen? Ich meine, Reggie Gigas hoffentlich... Nicht. Fluch gescheitert, was? Oh, nee. Nö, 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 nö. Nö, Ammonie zu Item geben. Fluch, bitte. Oh, danke. Wenn Regigigas kommt gegen meinen Schneck-Mack, dann ist das absolut scheiße. Weil, oh Gott. I don't wanna. Okay, Schneegon hat noch ein weiteres Level erhalten, das ist super. Ich geh dann mal hier raus und geh nochmal ins Pokémon Sander. Psystrahl, yes! Erlern das Schneegon. Du brauchst das. Ah, das ist super. Ja. Bitte, bitte, bitte. Gut. Also. Bam, 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 bam. So. Okay, Ammonitas. Das ist okay. Amen. nicht schon wieder ein reggie ist die welche wollen das von dir gott ich hasse das auch warum bist du verwirrt weg hier ok schnell die renn das jan mannieder schnell und ist fast tot das finde ich nicht nein alles gut der kampf ist beendet ich kann auch mal so kopf weil meine pokies ja das wollte ich nicht noch ein jan war ja bitte endlich level 10 für das süße auch schon wieder ein reggie ist weil wieso auch nicht ich habe ganz vergessen ich bin normal fußstrahl gefällt mir nicht ein pupanzel das habe ich ja noch nie hier gesehen okay nach all den harten jahren ein pupanzel ist okay lohnt sich aber für pupanzel nicht wirklich ach schon wieder ein fucking richtig ist warum ich hasse konfustrahl warum mal sehen was wir haben noch mal ein jan mal ein plädt kein jan mal für mich ist aber auch okay ich werde noch mal speichern um sicher zu gehen das ist immer gut da wird da bumm da wird da bumm das reicht level 11 wenn das so weitergeht habe ich bald einmal in der ich bin jetzt vier pokémon auf level 16 und ich glaube das sollte dann das ist ziemlich gut also ich habe auf jeden fall mein schneckern hat jetzt steinwurf gelernt ich würde es mal einsetzen nice es ist paralysiert ja alles klar wegen schlecker setz not nice natürlich wieder ein reggie gig ist weil wieso nicht dann weißt du was ich kämpfe mal dagegen ich hab's besiegt okay das ist doch gut kriegst du wahrscheinlich hoffentlich einen neuesten haufen erfahrungspunkte ja es waren 100 für beide jeweils das war ganz gut ist echt gut ich verstehe ich hätte ein pokémon das mir jeweils 100 geben würde das beste was ich hier habe wäre das logok es hat gar keine explosion drauf habe ich gemerkt es hat alle vier attacken eingesetzt gegen mich und es hat keine explosion zum glück das not bad okay ich habe meine wehre noch was ist mit dir okay spezialangriff ist eigentlich ziemlich gut von alter weißt du mein jan mega hat so viel angriff spezialangriff und was auch immer im vergleich zu meinem quickel ist es so viel mächtiger manche also das wirklich mein bestes pokémon holy shit level 15 40 spitze das ist schon heftig ich mag es sehr gerne komm also noch ein janma schneckern du darfst es mit glut umbringen bald hast du es für dich geschärft oh yeah noch eins alter einfach 300 erfahrungspunkte einfach so aus dem nichts azure mach mal stein hoch oh das ist so gut okay ist er nicht so gut aber das passt schon okay ne komm das dauert mir zu lange puti darf mal kämpfen let's go puti konfusion fuck you kids key how day you okay level 13 für schneckern damit bin ich zufrieden okay also erstmal wieder heilen ja das einzige was ich noch machen könnte ist ammonitas trainieren ein bisschen weil es ist das einzige was noch auf level 6 ist und so rumdümpelt vielleicht lernt das dann noch irgendwas natürlich kriege ich wieder ein reggie gigas so als gegner aber ist gar nicht schlecht weil dann kann jan mega der omega vielmehr es umbringen dass man das ist und das ist alles und das ist alles so dumm easel so 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 how dare you popanzi lohnt sich nicht wieder ein reggie gigas Final wing nicht zum glück kann es keine explosion das freut mich sehr so dem echt gut. Möchtest du einen Reggie-Stil oder einen Reggie-Eis haben? Nee, danke. Mit dem wäre das voll lustig, Claudio. Freude, Freude, Fun, Fun. Noch ein Reggie-Giges. Ich kann nicht mehr. Und was mit Reggie-Rock? Nee, danke. Da hätte ich echt keinen Bock drauf. Warum denn nicht? Da ein cooler Boy. Okay, ich gehe nochmal zurück ins Pokémon Center. Nur auf Nummer sicher zu gehen. Nicht, dass irgendwann mein Jan-Mega wegen einem Volltreffer, wegen Reggie-Keys stirbt. Das macht das schon noch ein bisschen Schaden. Ja, schon wieder. Ich kriege hier irgendwie nur die von denen. Aber es ist gar nicht schlecht, weil dann kann ich schön gegen die kämpfen. Jo, geben mir reiche Erfahrungspunkte. Ja. Am Unitu ist schon auf Level 9. Nein, das ist gar nicht so schlecht. Noch ein Reggie-Kick ist. Die kommen gerade nur in Schaden. Das finde ich sehr gut. Und Omega wird dadurch auch nochmal schön gelevelt. Das finde ich sehr, sehr nice. Level 16. Nice. Ich könnte mal probieren. Okay, es kann ganz allein gegen Yamas kämpfen. Das ist super. Es hat Aqua-Knarre gelernt. Yes. Nice. Endlich mal was Brauchbares. Geht doch hier. Mal sehen, wie viel Aqua-Knarre macht. Ja, ziemlich gut Schaden. Nice. Ich mag Amonitu. Es hat gelernt, mich zu beglücken. Was auch immer. Schneckern, du darfst die gut einsetzen. Nice. Einmal trainieren. Nice. Level 11. Super. Ah, der Sprite. Norm ist zu Tode. Erstmal. Geht doch mal. So. So. Omega. Ultraschall, please. Beides mal Omega auf Level 16. Und dann ist alles gut. Schneegon dürfte dann Level 15 sein. Oh, schon wieder ein Giratina. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Dann muss ich hier mal weg. Ei, 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 ei. So, fast 18 Uhr bald. Yes. So, was ich dann dementsprechend mache, ist noch einmal den ersten Trainer der Arena. Schauen, was der hat. Ja, und dann gucken wir mal. Let's go. Senk. Das passt so. So, ein Schneegon. Ja, Level 11. Ja, gut. Level 11 ist im Ordn. Denke ich mal. Jetzt muss ja keine Erfahrungspunkte oder sonstiges zahlen. Oh boy. Aber jetzt alle einfach kaputt. So mag ich das doch. Alles klar. Yes. Alright. Dann gehe ich mal vor die Arena. Und speichere nochmal kurz. Da, 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 da. Nice. Okay. Dann wen setzen wir vor? Ich denke mal Schneegon hat's verdient. Let's go. Hey, my boy. Hallo, wie geht's? Schnellegon ist Level 16. Das finde ich schön. Danke fürs Zuhören. Let's go. First Trainer. Hallo. Oh. Das ist mein Weg vermieden. Rocker and ein Smetbow. Ja, das ist ein guter Gegner. Ah, Confusion. Ah. Nice. Ja, ist gut. Na, Confusion ist nicht so nett, aber ey. Oh, scheiße. Volltreffer fast. Uh. Uh. Drr. Stell dir mal vor, wir... Wir verlieren jetzt ein Pokémon. Na, Ende. Unseres Training ist vorspulen. Ach, das wäre super. Ist doch geil. Ja gut, erster Trainer ist besiegt. Ja. Richtig nice. Nice, ich stehe vor der Arena. Okay. Ich kann eigentlich speichern. Ich glaube, das wird noch nicht gemacht. Jetzt noch zum Schluss. So. Ja gut, dann... ...sehen wir uns beim nächsten Mal. Oh, boi, boi. Wenn es heißt, dass der Typ getötet wird. Oh yeah. Yeah. Tschüss. Tschüss. Oh ja. Ja. Vielen Dank.